Willkommen liebe Clasher bei mir im Thorsten Akatoto beim Clan True Warriors 2 ja wir haben wir im vorletzten Clan Krieg so richtig doof muss man so sagen wir gucken wir mal rein zu 60 verloren also volles Haus hier beim gegnerischen Clan also bei uns wir haben leider unglücklich verloren aber ist nicht schlimm wir haben uns gedacht wir machen es dem Gegner mal nach also unserem alten Gegner und guck mal in das Lok unseres letzten CK 59 Sterne da fehlt ein Stern ja das geht natürlich gar nicht also richtig krass ihr seht das hier der Gegner hat mal wieder kapituliert und wenn man hier mal ein bisschen rein guckt in die Tiefe ja Level 4 Clan gegen Level 10 Clan und der hat immerhin 171 CK Siege und wir mal gerade so 21 dann glaubt man das kaum dass so ein Clan hier gegen uns letztendlich aufgibt aber wir haben natürlich wirklich wirklich gut gekämpft hier taktisch super agiert und ich habe es auch in meiner vor 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 letzten Folge angedroht dass die wiki hier Black Beauty sicherlich ihren ersten Drachenangriff macht und sie hatte mir das schon im WhatsApp geschrieben hat gesagt ja ich mache meinen ersten Drachenangriff und hier ist er also der erste Drachenangriff von unserer Black Beauty von unserer 20 auf die 20 und richtig cooles Ding hier ich finde es ganz witzig dass er dann auch geschrieben hat Mensch ich wusste gar nicht dass Drachen so teuer sind und dass sie so viel Elex kosten und so auch so langsam sind sie sind ja sehr behende aber trotzdem sind sie auf Rathaus Level 7 gerade zu Beginn richtig richtig stark und wir sind ehrlich das ist ja jetzt keine Dev hier die wir zu machen haben aber das ist ganz egal das sind drei Sterne hier und von 20 auf 20 ist das top also das passt und das ist ein super 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 Staat hier egal ob du jetzt hier 200 weiß ich nicht 40.000 Elex dafür verballert hast um so eine Blödmann Space zu machen das macht an der Stelle überhaupt nichts denn das das übt auch so ein bisschen den zweiten Angriff hat sie viel viel höher gemacht mit einem Stern also trotzdem gut gemacht gut geübt und wir schauen hier einfach ein bisschen weiter hoch ich klicke jetzt einfach ein bisschen weiter hoch wir sehen hier den zu unkreativ aus unserem Clan auch manche haben ja auch echt witzige Namen hier aber dieser CK hier und auch überhaupt diese Stimmung hier bei uns im True World 2 ich will mal sagen ganz locker also nicht so super verbissen wie bei uns im TV1 da geht das nun schon ein bisschen ganz anders zur Sache aber hier da ist der Fun Faktor ganz ganz oben bei ich hätte fast gesagt 170 180 Prozent und das macht hier Spaß den Leuten zuzugucken der Clan ist ja immer pickepacke voll hier also sobald hier einer geht steht der nächste Schlange das ist wirklich der Hammer und deswegen freue ich mich auch dass ich wieder ein bisschen aktiver mit dem Schiefe sein konnte allerdings ihr seht dieses Video ja jetzt schon am Samstag also ich bin schon tschüss tschüss unterwegs naja nicht ganz ich fahre am Sonntag aber ich mache am Samstag überhaupt nichts mehr in Clash of Clans habe mich so ziemlich mit allen Accounts auf rot gestellt und wünsche mir einfach mal einen schönen Urlaub und euch natürlich auch nach wie vor schöne Ferien oder Restferien schönen Urlaub was ihr auch immer macht ich wünsche euch einfach einen schönen Sommer an der Stelle und ja schönes Ding hier also ich scrolle hier wirklich ganz wahllos durch das ist hier jetzt kein rumgeklicken ja na ne den nehmen wir mal mit ja das ist der Skifil der Skibarfuß ist ja einer nach wie vor mein R8 Account und ich habe mich hier mal zu einem Drachen Angriff hingezogen den ersten habe ich schon mit drei gemacht also das war ein Gohawk aber hier mal wieder mit Drachen ja warum auch nicht um mal wieder so ein bisschen so rein zu kommen so ah Toto du musst mal wieder einen Drachen Angriff machen jetzt steht die Laa hier zwar sehr sehr eng hier am Rathaus also sehr tief eigentlich aber ich war mir schon relativ sicher dass eine 5er Laa hier dass ich mit meinem Drachen und mit den Luns hier in meiner Clan Burg relativ weit komme habe ich jetzt richtig viele Drachen an dem CK Drachen der von der anderen Stelle kam und glaube dass das hier ein lockerer 3 Sterner war also wie gesagt mein erster war auch ein 3 Sterne an Gohawk und wir greifen hier echt früh an das hat aber auch einen ganz ganz besonderen Grund ich habe das jetzt erst mal so ein bisschen verspätet festgestellt denn wir haben hier ja bei uns im Clan im True World 2 nicht so unbedingt die High Level Clans also nicht High Level Clans High Level Chars das heißt also viele Elfer viele Zehner sondern wir haben hier ja wir haben hier mal so ein Elfer ne der das ist der Praver bei uns der Timo auch danke nochmal an der Stelle und auch den Kevin der hier echt sehr sehr viel spendet also beide sind hier so ich hätte war fast gesagt hyperaktiv für alle da und der Timo der Praver wartet hier mal sehr sehr lange bis die Leute angreifen fragt immer mal wieder nach und sagt Mensch man macht seinen Angriff und wenn er dann sagt ja dauert noch ich muss gleich an anfordern dann wartet er immer so lange bis er halt die passenden Truppen fordern kann beziehungsweise spenden kann und in der Regel Max Bowler Max Hox Max Luns was auch immer also das ist auch dann ja ist so ein bisschen kleines taktisches Geschick ja wo du ja eigentlich nicht so ein High Level Clan hier bist aber trotzdem dafür sorgen kannst dass du hier Max Truppen in die Clan Book zumindest bekommst denn das ist das schon so ein kleiner Vorteil also das hilft in jedem Fall an an welchen Stellen auch immer und das finde ich wirklich wirklich sehr sehr gut ich habe das sehr sehr spät auch erkannt erst so ich habe mich auch mal gefragt Mensch wieso fragten der so oft und der will ja auch mal schlafen der muss arbeiten ja der muss Geld verdienen der hat Familie der hat einen Sportverein und hat ja auch sonst noch Freizeit und dann kommt noch Clash of Clans und deswegen finde ich das sehr beeindruckend hier dass sie hier so lange teilweise auf Angriffe gewartet wird also nach dem Motto was brauchst du in der CB und wenn du sagst ich brauche in einer halben Stunde Bowler ja dann ist der Timo da und spendet dir eben mal ein paar 3er Bowler also super Sache hier richtig gute Zusammenarbeit das muss ich mal so sagen während wir hier den Freiwild sehen auf die Nummer 6 auf den das ist der Morgen vom Clan BIDA also ich hätte jetzt fast gesagt so schlecht sind die nicht aber die haben halt total aufgegeben ich meine so eine Dominanz hier die wir hier auch so zu Anfang an den Tag legen das ist ja auch manchmal ist es ja auch sehr Gegner zermürbend ja du greifst hier an wie ein Irrer machst hier ein 3 Sterne mal ein Stern bei uns und da geben die halt auf gut für uns nicht so schön für den Gegner und deswegen kann ich uns auch einfach mal hier so ein bisschen in den Himmel loben wie gut wir das hier gestalten also wenn hier ein Platz frei ist kommt hier ruhig rein rockt mit uns mit also das macht hier totale Laune auch wenn ich selber nicht so oft dabei sind bin also ihr dürft nicht so stark auf mich zählen ich bin jetzt sowieso erst mal dauerrot mit beiden Accounts ich bin ja mit einem RH9 und einem RH8 Account selber im Clan aktiv und ich habe es auch in meinem letzten Video schon gesagt ich sage immer mal guten Namen guten Tag nach ja also ich bin ich bin da aber halt nicht dauerhaft und seht mir das nach ihr könnt trotzdem auch auf meine Unterstützung seelisch emotionisch und wie man es auch immer nennen kann darauf zählen dass ich hier mit Herzblut dabei bin und schönes Ding hier vom Freiwild der war es ja glaube ich und so ich musste glaube ich jetzt muss ich mal eben schauen wen ich denn eigentlich gemacht habe ich will ja wenigstens noch einen RH9 Ankel von mir zeigen und ich glaube ja mir wurde hier die 7 aufgelegt ja mit dem Donnerbengel ich war hier mal wieder mit meinem Sohn Account unterwegs der das Ding ja hier nicht wirklich gespielt habe da oben gar nicht gesehen dass der Bogenschutzentum da steht habe gedacht scheiße ja und habe mir hier ein GoHawk ausgedacht mit drei Golems weil ich mir oder ich war der Meinung hier musste drei Golems anwenden also viel Feuer auf dich ziehen und habe aber oben beim Locken gar nicht drauf geguckt oh da steht ja Bogenschutzenturm das war so das war so ein kleiner Start fehlt habe jetzt aber echt mal richtig richtig lange mit meinem Hox gewartet das seht ihr jetzt auch denn dieser blöde Clan Drache lebt noch bevor der nicht wirklich down ist oder wo ich weiß ja jetzt könnte er down werden der kann meinen Hox hier nicht folgen habe ich erst meine Hox rein geschickt und so war es letztendlich auch denn der Bogenschütze schafft er und zwar noch nicht aber ja jetzt ist die Base schon down und der Drachen lebt zwar noch naja aber meine Queen lebt noch viele Magier leben noch und das war es auch mit dem Drachen also cooles Ding hier denke ich mal schön gerockt hier von mir mal wieder zweite Mal schon Eigenlobst stinkt ist ihm egal ich hoffe ihr habt Spaß an diesen Videos hier an diesen Clan Kriegsangriffen also nach wie vor mein Channel richtig kriegslastig denn ich arbeite ja an ich arbeite ich kämpfe ja echt an vielen Fronten und wir gucken uns hier den letzten Angriff von Schulter an denn hier fehlten am Ende echt nur noch diese drei Sterne hier sie sind zwar zum Zweiständer geworden ist aber an der Stelle überhaupt nicht schlimm denn ich denke wir haben den Gegner so stark eingeschüchtert dass er sich gedacht hat das packen wir nicht mehr und dem sind wir ich denke mal ist wir auch so geworden der Gegner hätte das nicht kompensiert was wir hier vorgelegt haben denn wir haben hier starke Angreifer haben ja Leute die sich so krass entwickeln hier in diesem Spiel und das denke ich mal richtig viel ohne free-to-play beziehungsweise free-to-play das heißt also echt wenig investieren hier irgendwo in Games oder in Zeit Games oder was auch immer sondern sie machen hier einfach so ihr Ding und glauben hoffentlich so ein bisschen an meine viel philosophie spielt das Spiel hier ganz locker spielt es free-to-play ja man kann mal ein Game ausgeben für einen Boost oder für was auch immer aber nicht so unbedingt um hier rum zu raschen und das Konzept glaube ich geht hier auch auf das freut mich nach wie vor und deswegen also schöner zwei Stern hier vom Schulter auf die 1 denn die 1 hat hier ganz frühzeitig den Clan verlassen weil er wahrscheinlich gesehen hat oh oh da kommt was auf mich zu also ein starker Clan und damit denke ich mal hat er auch recht behalten an der Stelle was uns natürlich freut dem Gegners Light und wir sind auch schon im 90er jetzt ich habe mich mal ganz raus gelassen ich weiß dass wir gegen eine kleine Rascherbande ankämpfen das werdet ihr bei mir sehen in der nächsten übernächsten Woche weiß ich noch nicht wie das mit dem Urlaub und meinen Videos hinhaut aber bleibt einfach bei mir dran guckt meine Videos ich zeige auch schöne ZK Angriffe und zeigen auch ein bisschen anderes das habt ihr gestern gesehen also bis dahin euer Toto Clashed zuhörst du kannst 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 du